Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin. Bei 34.500 US-Dollar, wir kämpfen derzeit hier um den Support, den wir gestern im Video angesprochen haben. Also es kommen jetzt spannende Zeiten auf uns zu, beziehungsweise ein bisschen spannender als zumindest die letzten Tage. Außerdem haben wir heute um 13.30 Uhr sehr, sehr viele Zahlen aus den USA, auf die wir auf jeden Fall jetzt mal darauf achten sollten. Was steht an, wie können wir uns gegebenenfalls positionieren, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. So wird ein kurzes Update, aber ich will auch nochmal ganz kurz auf die Stockmärkte eingehen und da auch nochmal was dazu sagen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und heute kommt eine neue Podcast-Folge online auf Spotify, Apple, Deezer, immer freitags um 12 Uhr. Also gebt euch die gerne und gebt euch auch gerne die von letzter Woche. Brauchen wir Bitcoin überhaupt? Und heute kommt auch wieder eine exklusive Bitcoin-Folge mit Jonas von CryptoGuru. Also checkt es auf jeden Fall gerne ab und lasst eine gute Bewertung da. Würden wir uns drüber freuen. So, dann gehen wir schon rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei knapp 34.500 US-Dollar. Und wenn wir jetzt mal in die kleineren Timeframes gehen, heißt 1 Stunden Timeframe, sehen wir, hier wird ordentlich um diesen Bereich der 34.300 US-Dollar gekämpft. Wir haben gestern im Video darüber gesprochen, dass vor allem hier dieses FIP-Level eigentlich gehalten werden sollte. Hat es auch kurzfristig, aber jetzt auch wieder drunter geschlupft. Also momentan sieht das Ganze eher danach aus, dass wir hier wirklich nochmal in Richtung 33.200 US-Dollar runtergehen. Also so in dem Bereich 33.000, wo wir seit einer Woche drüber reden und dann nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Derzeit sieht es eher nach Fake-Out aus. Und was auch interessant ist, wenn wir mal auf den Daily-Chart gehen. Und ihr seht hier oben diesen Wig und ihr seht diese gelbe Linie. Und das ist weiterhin unser Rising-Redge. Und genau diesen Preisbereich hier oben, dieser wurde jetzt auf Monatssicht nochmal angetestet. Das heißt, wir haben den Widerstand auf Monatssicht fast genau auf den Dollar noch einmal getroffen. Also für mich momentan, also dieses Rising-Redge ist für mich absolut valide. Und sollten wir auch weiterhin den Blick behalten, außer wir kriegen natürlich hier ein komplettes Breakout nach oben hin raus. Danach sieht es aber derzeit nicht aus. Also wir sind jetzt hier erstmal durch das Golden Pocket durchgefallen. Gefällt mir nicht wirklich gut. Wir haben auch hier unser ehemaliges Hoch nicht nochmal bestätigen können. Sind auch drunter gefallen. Also die 33.200 werden meiner Meinung nach immer, immer wahrscheinlicher. Auch für unsere Log-Position dann im Laufe des Tages. Dann habe ich ja gesagt, es steht eigene News an. Und zwar um 13.30 Uhr geht es los mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen. Und es geht darum, was haben wir hier noch, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Also NFP-Zahlen kommen hier auch wieder. Private Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Dann haben wir noch die Arbeitslosenquote. Also da kommt eine Menge heute Nachmittag noch auf uns zu, was die Märkte nochmal komplett nach unten wirbeln kann. Sollten die denn nämlich negativ ausfallen, gehe ich ganz stark davon aus, dass das auch Bitcoin natürlich deutlich nach unten ziehen wird. Und wenn wir da schon bei den Märkten dann eben sind, die XY befindet sich weiterhin hier absolut in seiner Sideways-Range. Also hier tut sich momentan einfach gar nichts. Sollastabilisiert sich, deswegen pumpen auch die Märkte. Wenn wir uns mal einen Dow Jones angucken. Hier übrigens gerade Short-Position reingesetzt. Gold weiterhin auf Stabilisierungsphase. Und auch Nasdaq jetzt hier am Golden Pocket angekommen. Und S&P 500 auch am Golden Pocket zwischen 0618er und dem 0786er in dieser Zone. Also ich rechne heute hier mit deutlich mehr Abwärtsvolumen an den traditionellen Märkten, aber auch bei Bitcoin. Einfach weil ich nicht glaube, dass die Zahlen wirklich so berauschend werden. Oder dass die Märkte einfach komplett anders darauf reagieren. Wir sind die letzten Tage so extrem nach oben hingepumpt, ohne irgendwelche signifikanten News. Es kam keine News vom Pole. Die Zinsen waren eingepriesen. Also von da aus kamen keine richtigen Impulse. Deswegen denke ich mal, wird das heute noch sehr, sehr interessant werden. Und rechne auch, wie gesagt, damit, dass wir hier eben die 33.200 US-Dollar-Marke noch einmal sehen. Wie ist dann im Endeffekt die Long-Position? Die haben wir jetzt die letzten Tage 100.000 Mal schon, glaube ich, besprochen. Zwischen 33.400 bis 33.200 wird dann irgendwann die Long-Position getriggert. Und dann Stop-Loss wahrscheinlich hier bei 32.800 US-Dollar, weil ich hier eben mit diesem Fake-Out nochmal runterrechne. Wir haben hier, wenn wir mal auf den 1-Stunden-Chart die Box ein bisschen nach unten hin verschieben. Wenn es denn wollen würde. Hier haben wir den Order-Block und den müssen wir auf jeden Fall abdecken. Und genau hier können wir uns auch positionieren. Wie gesagt, 33.400 und dann vielleicht die zweite Order bei 33.1. Dann haben wir einen guten Zwischen-Entry hier. Und dann der Stop-Loss eben hier bei 32.800 rum. Oder sogar noch diesen Wicke unten bei 32.500. Aber das macht die Position, wenn wir uns das prozentual mal angucken, dann schon doppelt so riskant. Aber das ist weiterhin der Plan. Daran hat sich nichts geändert. Gehen wir noch rüber zu Ethereum. Ethereum verläuft deutlich, deutlich akkurater wie Bitcoin in unserer Zielzone, die wir auch seit über einer Woche jetzt schon mittlerweile... Ist es schon eine Woche? Ja, ist schon eine Woche, die wir hier außer Korn haben. Also auch hier warte ich noch mit einer Long-Position bis auf 1.750 US-Dollar. Mehr gibt es derzeit nicht zu besprechen. Deswegen nur ein ganz, ganz kurzes Update. Wir werden uns später nochmal XRP angucken. Ist ja Freitag. Und ansonsten kommt, ja, wie immer um 12 Uhr die Podcast-Folge. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch die anhört. Oder wir würden uns besser gesagt freuen. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Morgen kommt das extra Bitcoin-Video noch. Ich schaffe morgen wahrscheinlich nicht den Marktausblick. Und wenn, dann wird es relativ spontan werden, dass ich den noch raushau. Ansonsten kommt morgen das Bitcoin-Video und Sonntag dann der Marktausblick. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Genießt den Tag, einen erfolgreichen Tag. Passt ein bisschen auf, eben wegen diesen Zahlen um 13.30 Uhr. Und ansonsten war es das von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay.